Willkommen zu einer neuen Runde Mordors Schatten. Hier ist aber gerade jede Menge los da vorne. Hier haben wir eine Bogenschützenauftrag. Ähm, okay. Können wir ja mal versuchen. Zehn Uruk-Wächter ohne zu betreten, alles klar. Wer sieht uns denn da? Oh. So, Nummer 3. Ach nee, der zählte gar nicht. Auf explosive Fässer schießen. Hast du einen guten Blick auf diese Selbstartigke? So, weitere Geschosse. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja. Ah. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Of course. Einen Sperrwerfer müssen wir erwischen. phew Oh, verdammt. Was? Oh, my god. Oh, my god. Oh, my god. Oh, no. Oh, no. Oh, my god. 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 Ah, der kämpft gegen den, den wir verwundet haben. Oh, my god. 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 Ich glaube, da hat sich jemand bewegt. Schwart euch den Atem. Wir werden schon bald eine wahre Schlacht erleben. So, da vorne war diese Bogenschutzmission. So, die holen wir uns am besten gleich. Nochmal. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Weil wir waren so kurz davor. So. Zusätzlich auch nochmal irgendwelchen Flammen sitzen, okay. Oh, damit haben die schon ordentlich zu tun. So, drei haben wir schon erwischt. Da oben kämpfen immer noch welche. Und wir sind Gott sei Dank noch nicht erwischt worden. So. So. Okay, jetzt brauche ich erstmal neue Munition. So. Die da kämpfen schön weiter. Ha. Yeah, das ging doch diesmal richtig einfach. So. Aha. Das hört sich doch echt gut an. Gut, wir können damit also unseren Bogen dann verbessern. Können wir das jetzt direkt schon machen? Wir sollten aber auf jeden Fall nach da hinten. Da war nämlich der andere Turm noch. Und da hinten ist der Turm. So. Ich sollte immer so schnell durch. Irgendwie klappt das gerade alles richtig gut. Und damit haben wir auch einen... Ach, den haben wir schon. Nein, das war die falsche Richtung. Ah, aber da können wir jetzt mal hin. Weil anscheinend ist da gerade ein Duell im Gange. Was wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, wir müssen hier irgendwie über die Brücke. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Puh. Ha, hier kennen wir uns schon gut aus. Oh, 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 oh. Ist das irgendwo da oben? Gut. Der da lenkt sie gut ab. Kommt der hier her? Wow. Damit haben die anscheinend erst mal ganz gut selber zu tun. Selber müssen wir hier hochkommen irgendwie. Wow. Puh. 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 So, dann gucken wir uns doch mal den Auftrag hier an. Das schöne Duell. Du niedere Marde bist nichts im Vergleich zu mir und meinen Uruks. Ich rasch dir die Zunge raus und fütter dich damit. Okay. Okay. Wir haben den getötetet. Der... Shit. Das ging irgendwie schnell. Es hat tatsächlich der Fernkämpfer gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nun gut. Okay. Gut. Er ist anscheinend auch da. Sind beide an derselben Stelle. Okay. Na dann. Markieren wir uns ihn. Den schnappen wir uns. Aber... Ist er immun gegen Pfeile? Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. So. Damit geben wir nämlich ihm hier und seinen Leuten den Riss. Den Rest. Ja, klar. Ja. So. Was? Was? Warum? Da habe ich echt noch der eine beim Verhören erwischt. Nein! Was? Dein Tod bringt mir sicher eine Beförderung ein. Ach, komm. Ich war direkt am Verhören. Nein. Nein. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlauben. Wir müssen eben. Wir müssen... dahin. Und da oben ist wieder ein neuer Battle. Okay. Nö, aber wir gehen einfach erst mal geradeaus. Oder erwarmungslos vorgehen wir. Ja, ja, ja. Nö, nö, tut er nicht. Ja, ja, ja. So, und damit sind wir schon vorbei. Unsere Hauptmänner haben sich bedient aus dem Ost. Oh, den sollten wir noch schnell befreien. Danke. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um in dieser Orks zu arbeiten. Holt euch diesen Sklaven. Zu langsam. So. Danke. Die Sklaven hätten wir gerettet. Oh, Entschuldigung. Gesundheit brauchen wir erst mal nicht. Jaja, der liegt dir im Blut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stimmt, den Punkt müssen wir auch noch einholen nehmen hier. Oder hatten wir den schon? Nein. So. Wieder eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Gut. Ähm, die da unten werden sich hoffentlich gleich verziehen. Und wir müssen aber... Oh, wir müssen an denen vorbei. Dann können wir sie auch eigentlich erledigen, oder? Verbesserungen. Erhöhter Fokus. Nee, wir wollen eigentlich mehr solche Teile. Aber dafür fehlen uns noch die Punkte. Ach Gott, den Kampf suchen wir jetzt mal hier. Das sind ja nur normale Orks. So. So. Gut. Oder einen neuen Ankömmling hier. Ha! Stimmt ja, ab 8 dürfen wir ja immer einen direkt ausschalten. Wenn das Schwert leuchte, dann. Hä? Warum klingt der denn jetzt nicht? Puh. Aber diesmal ohne den kleinsten Kratzer. Was haben wir hier? Na, Gesundheit brauchen wir diesmal gar nicht. Gut, Mr. Redback. Dann schauen wir doch mal, was er uns jetzt zu sagen hat. So, und starten dann direkt hier bei der Mission durch. Das ist ein Duell. Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr. Hierhin? Ist das, ist das gut? Ich nehme dich einfach hin. Nun gut. Wie es aussieht, müssen wir ihm helfen. Schnelllocken, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. So. Oh, ich erinnere dich fast übersehen da oben. Okay. Ein Fähigkeitspunkt freigeschaltet. Diesmal können wir eigentlich die nächste Reihe nehmen. Ähm. Das hört sich natürlich auch gar nicht mal so schlecht an. Einen Todesstoß zu landen bei einer letzten Chance. Ähm. Ähm. Hm. Nee, ich nehme das hier. Kritische Treffer hört sich am besten an. Und letzte Chance Todesstoß. Ich will ein bisschen besser im Kampf werden. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Ja. Das werden wir doch erst mal sehen. Ah, dieser Scheiß-Schildträger. Ja. So. Ah, man kann auch dir einen Schilder zerschlagen. Sehr gut. So. Oh, verdammt. Was? Nein. Shit. Wir sehen nicht mehr, wenn wir ausweichen können. Oh mein Gott. Puh. Jetzt kann ich ihn ergreifen, genau. Oh man. Puh. Puh. Ah. Wir können jetzt die höheren. Wow. Der sieht schon deutlich krasser aus. Und der ist anscheinend irgendwo anders auf der Map. Ah. Wer muss den erst mal hervorlocken. Okay. Ah. Er ist aber diesmal anfällig gegen Pfeile. Aber er sieht richtig krasser aus. Also von dem, was der drauf hat. Yay. 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 Und der einsatz mit dir zwei unschlagbar, was? Geh. Bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abwachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut dann. Ich dachte nur, dass wir... Und was wird mir das nützen? Ein verhälterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir unseren Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit. Und du hast leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar. Werd's versuchen, ja. Das hört sich doch echt praktisch an, dass wir jetzt mit ihm hier ein bisschen zusammenarbeiten. So. Yay. Und weitere Erfahrungspunkte. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Tja. So. Und wir haben eine weitere Rune. Ähm. Joa. Da können wir jetzt auch direkt unsere neuen Sachen reinmachen. Das ist natürlich auch cool, dass wir Gesundheit regenerieren können. Dann nehmen wir dann doch lieber das. Und... Nö. Das lassen wir dann erstmal. Hier haben wir keine neuen bekommen. Und beim Dolch. Stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung oder Brandmarkung Gesundheit wieder her. Ja. Dann haben wir noch ein paar Punkte übrig und nehmen uns dann noch die Rune mit. So. Und dann sehen wir uns hier aber auch erst beim nächsten Mal wieder. Dann mache ich nämlich hier eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn wir uns dann aufgehen, den Häuptling anzugreifen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.